Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Wir werden zusammen wieder die Woche verbringen. Wir haben euch diese Woche einiges vor, von Bücherregal aufräumen, Halloween-Party und so weiter. Aber als allererstes gibt es Frühstück. Wir wollen eine Peanut Butter Smoothie Bowl machen. Ich bin mal gespannt, ob das klappt, weil wir haben das so noch nie gemacht, aber es gibt bestimmt irgendwelche Rezepte und probieren das mal aus. Danach mache ich mich fertig und dann, ob ich dann schon direkt lese oder was wir als allererstes tun. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020